Ich komme da hin und alles nett und alles lieb und kümmer sich nicht nur um die Zahngesundheit, sondern auch um alles drum herum, wenn man ein Problem hat. Und das ist schon toll. Da bin ich schon echt begeistert. Und wenn man hier ist, dann ist man einfach hier. Also man sitzt im Wartezimmer, wo soll ich hin? Ich kann zurück ins Hotel, aber es ändert nichts. Zuhause sage ich dann, ich sage einen Termin ab und melde mich im halben Jahr wieder. Das ist hier dann doch anders. Man ist hier, man weiß, warum man hier ist und man zieht es dann auch durch.